Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Nichts wird verschwendet anzunehmen bei Meister Shaloh im Avdenwald an dieser Position. Vor Quest war dwingender Gorngriss Bedarf. Nehme die Quest gleich mal an. Nun darf ich gleich hier daneben diesen erschöpften Wildsamen looten. Dann darf man hier hinlaufen und ihn an dieser Stelle platzieren. Nun darf man diese handsame Gornlinge zum Wildsamen locken. Das macht man, indem man sie benutzt. Dann folgen sie einem. Man kann auch zwei, drei oder vier auf einmal benutzen. Da muss man sich ziemlich beeilen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu ForQuest oder ForgeQuest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe. Außerdem habe ich euch bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte angegeben, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. Teilweise muss man hier beim Samen ein bisschen warten, bis die handsame Gornlinge dazu zählen. Und da habe ich auch schon 75 Prozent, also ein solcher Gornling gibt 25 Prozent. Ihr habt es ja gesehen, die bleiben zwischendurch stehen. Dann muss man immer wieder neu benutzen, sozusagen, damit sie einem wieder folgen. Es wäre übrigens toll, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert, während ihr meine Videos schaut. Dadurch unterstützt ihr mich ein wenig, kann es aber auch verstehen, wenn ihr es nicht macht. Vermutlich mögt ihr dann keine Werbung. Jetzt muss ich den wieder benutzen und dann folgt er mir wieder. Und dann sollte diese Leiste auf 100 Prozent gehen. Und ja, wunderbar, hat alles perfekt funktioniert. Quest ist abzugeben bei Meister Schallohr im Ardenwald an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte seinen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Legs und gutes Gelingen. Heizocke Ende.